Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Santa Black Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Santa Black Chronicles 3. Heute werden Kisten durchsucht, ne Juni? Ja, was aus uns wird, das ist noch nicht ganz klar. Aber wenigstens versuchen wir uns zu vertragen. Und wie war das? Wir sind Rico alle untergestellt, die drei jetzt auch. Erst mit allen Reden, dann untersuche ich. Sehner fand ich übrigens ganz sympathisch. Ja, Lance will die Situation nicht so, wie sie gerade ist. Das ist merkbar, spülbar. Selbst Tion hat sich mehr reingehängt als Lance, aber er wollte eigentlich auch nicht so wirklich. Ne, wahrscheinlich wirklich nicht. Also als Spieler wir ja, aber in Game die Charaktere wahrscheinlich nicht. So. Hey, diese sind alle Cloth in Containers. Kuchen, ingredients hier. Es gibt es hier, diese? Es gibt auch die Equipation. Nicht genau die Equipation, um zu matchen unseren Setup. Meh, wir müssen einfach ein Deal. Hm. Es hat übrigens noch einen zusätzlichen Sinn, sich umzuziehen, damit man nicht mehr so leicht erkannt wird. Es sind nicht genau die frischsten Fertig, eh? Vielleicht ist es auf der alten Seite, aber es gibt keine Tez. Es wird gut. Sie haben viele lustige Designs hier, hm? Sie sind sicher. Ein paar Sachen ist, wie, wie du es sogar aufstehen? Sehr leicht zu移ren in dieser Schule. Oh, ja? Ist es noch mehr davon? Sorry, nur dieses. Ich glaube, da hat sich keiner geguckt. Ich glaube, deine Boote? Du musst eine Hand mit ihnen, ja? W-w-w-w-w-w-wicht, ich kann dir helfen. Die genieren sich. Alles und einfach nicht. Shoot them. They could have just changed here. They went pretty far off, huh? Uh-uh. Ich glaube, das ist nicht so, dass ich 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 so, dass ich nicht so, dass ich so, dass ich nicht so, dass ich so, dass ich so, dass ich nicht so, dass ich 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 nicht so, dass ich Was ist das? Ja, mein Zeitpunkt ist. Ich denke, ich würde nicht mehr, wenn ich Zeit nicht verletze, und einfach rauskriege. Heute sind es genau drei Monate. 3 Monate mehr, und dann bin ich weg von diesem Welt. Ich habe das viel gedacht, was ich kann erreichen, was ich hinterlassen. Ich habe so viele, die sich das gleiche fühlten. Ich verstehe. Also, das ist warum du diesen Mann vertraust hast. Du hast versucht, mehr zu leben zu leben? Ich weiß nicht, es geht nicht. Aber du und ich, einfach so zu sprechen, denke ich, das ist irgendwie großartig. Und wenn es wirklich eine Hoffnung ist, in dem Ort, in dem Mann erwähnt... Ist das das, was du willst für ein Leger? Wunderschöne Frage. Wunderschöne Frage. Die, die zu Volksolfen Palace gibt, sollen sie richtig in dem conex novellen sein? Die, denencjon Sie über dieühren, sollen sich erst ehren? Hä? Das ist envie, nicht nur Mediet irrigation. Das heißt, es geht für Agen, ne 190? Ich denke immer so, was wir verlassen, als wir weg sind, was diese Verbindung wirklich bedeutet. Verbindung, oder? Das ist schwer. Ja. Das ist Leben, glaube ich. Das ist Leben, glaube ich. Sie sind in den Augen. 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 Oh, äh, ja, ich will speichern. Einen Moment. So, hab gesprechert. 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 Ich bin mit all der Atme, die du hast! Noah, hier! Wir können durch hier gehen, und dann gehen wir weg! Alles klar! Oh nein! Sparks! Wir haben fast es geschafft! Sparks! Ich bin sorry. Huh? Wenn ich nur ein bisschen schneller bin hätte, könnte ich viele mehr Leben haben. Wer bist du? Ich bin Ethel, aus Kolonien 4. Silvercoat... Ethel! Sie hat ihre Kolonien all den Weg nach Silber- und in ihrer 3rd Term. Einige mich nennen sie das. Aber eine Person's Wert ist nicht in ihre Farbe. Es ist hier. 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 Es kommt jetzt bestimmt nochmal eine Sequenz. Geht. Es ist hier. Es ist hier. Es ist ein wilder Rennen. Dieses Passage von Feiert. Wir haben uns ein schönes Ungewöhnung. Du warst alles Talk als du hier warst. Aber du hast nichts für dich, D. Oh, spare me P. After all, ich wusste genau was, was ich zu tun wollte. Also, über diesen großen Böden von dir? Pray, erzähl uns, wer gewonnen. Pah, ein Draug, ich denke. Und mit zwei ganze Kolonien auf dem Feld. Wir sollten uns in den ersten Platz haben. Die ganze Sache hätte sich getan haben. Es war Jay, der sich auf das. Ich dachte, dass das bereits wurde kommuniziert. In diesem Fall, ich glaube, es ist meine Aufgabe, nächste Woche. H, ich bin ziemlich sicher, dass du schon deine Kicks hatten den anderen Tag, als du die Kolonien ausgesucht hast, nicht wahr? Wahrscheinlich, das ist meine Aufgabe. Honestly, du machst mehr Geräusche, als die Rabbe auf einem Feast. Da! Selbst wenn du dich verhörst, dass du die Rage aufgerüstert, wird es schnell durchgerüstert. Alles, was es braucht, ist die kleinste Fische. Und das ist die Fische. Ich habe dich schon gesagt, nicht wahr? D. D. Der Gang ist wieder hier. K. Will du gehen? Wenn du sagst, ich gehe, dann gehe ich. Well then. Lass uns sehen, wie der Father Flow ihnen das Ganze bringt. So, kommt jetzt noch mal eine Filmsequenz. Oder können wir wieder weiterspielen? Nein? Ja! Ah! 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 Aaaaah! Ah! 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 Da verstehen sich zwei? Leute, was denkst du du machst? Oh, Tayan, Morgen! Hey, hast du dich erwacht? Honestlich, ich bin froh, dass du nicht auf den ganzen Kontinent des Forsaken. Also? Oh, das? Wir denken, dass wir das gleiche wie Noah und Mio gemacht haben. Du denkst? Du denkst, das Ouroboros? Ja! Wie schade war das? Wir denken, wenn wir es auszusehen, würde es unsere Chance für eine ganze Menge zurückbekommen haben. Und du denkst, dass es so einfach ist? Huh? Ich meine... Ich meine... Ich meine nicht, dass du hier aufbauen willst. Aber du denkst, dass vielleicht diese Macht nur für sie? Ja, aber dieser Mobius-Mobius, er hat uns referiert. Ich denke... Du denkst, du könntest dich auch transformieren? Was macht dich denken, dass es euch zwei wäre? Say, es ist möglich. Es könnte mir und Lance sein. Es ist einfach... Es ist einfach... Es ist einfach ein Gefühl. Ja, es ist einfach ein Gefühl. Ja, es ist einfach ein Gefühl. Es ist etwas falsch? Es ist einfach ein Gefühl. 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 Oh? Es ist einfach ein Gefühl. Es ist einfach ein Gefühl. Es ist einfach ein Gefühl. wir haben nur einen weg vor uns so dem riesigen schwert ich würde sagen dass es das von mcconn ist auf überspringen zu wollen spiel ich habe keine taste in der hinsicht gedrückt müssen zuerst durch diese höhle jetzt kann ich die charaktere wechseln jetzt kann ich wenigstens aussuchen mit wem ich kämpfe die ganze gruppe gleichzeitig wenn ja dann wäre das irre krass was hast du denn jetzt noch an techniken glühender regen zielzwang ich weiß nicht was zielzwang ist hast du noch er kann die e per abwehr senken und halt so ein ausweichfeld machen er kann die gegner in schlaf versetzen na gut finde ich jetzt wertvoller als hier das eine hier wenn ich jetzt da aus groß sind hatte was hast du denn so rückwürf rückprall das wäre richtig praktisch und die andere fähigkeit auch ich nehme hier die angst stärkung für sie rein ich weiß jetzt nicht was rückprall bringt ich würde aber generell die kanonkugel dann lieber nehmen für die ausrüstung dass ich mal in ruhe und ich würde testweise einfach mal irgendwo kampf starten aber vorher jetzt mal alle charaktere einmal ich wollte sie zumindest boosten geht nicht so irgendeinen gegner will ich jetzt einmal kurz testweise haben da vorne ist auch noch hier so ein lupen symbol erkennungsmarke kampf kampf doch tags Gerniker Vandem. Ich glaube, das ist sein. Das ist gut. Huh? Ich habe mich nicht mehr so, dass er nicht wissen, wer er war. Okay, ja. Wir erinnern ihn als der Mann, der uns ein Ziel gegeben hat. Und die Möglichkeit zu wählen. Ja. Ah, da. Da rechts von uns ist einer. Ich will einfach nur wissen, ob jetzt die ganze Gruppe auf einmal kämpft. Kämpfen jetzt wirklich alle sechs? Ja. Es kämpfen alle sechs, weil das war für das Maximum, dass man nur mit den Vieren kämpft. Boah, so könnte ich eventuell auch den Boss da oben besiegen. Wie mega praktisch ist das denn? Macht die Kämpfe einfach mal doppelt so einfach, wenn nicht gar vierfach? Ich glaube, ich würde bevorzugt mit Noah spielen. Kann man aber ja mal zwischendurch mal umändern. Rückfurcht macht, dass er nach hinten fliegt. Okay, der Kampf war dadurch jetzt auch richtig easy. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.